Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 17. November 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1274 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Netflix, USA, Karl Klammer, Eiffelturm und die Google Wallet. Dann stürzen wir uns doch in die Themen. Wer einen Netflix-Account unter seinen Streaming-Anbietern Apps hat, der aktiv ist, der kann neu in den Einstellungen im Bereich Sicherheit und Datenschutz bei Zugriff und Geräte verwalten, ganz neu draufklicken und sehen, wie viele Geräte er dann mit seinem Netflix-Konto verbunden hat und merkt dann, dass es uns wahrscheinlich deutlich zu gut geht in dieser Welt der Westlichen, wo wir leben, weil da haben sich über die Zeit doch einige Geräte angesammelt. Was kann man da tun? Sollten es ältere Geräte sein, die ihr vielleicht gar nicht mehr besitzt, die schon weitergegeben wurden, verkauft wurden, oder auch ein Gerät, was ihr vielleicht mal irgendwie einem Kumpel ausgeliehen habt oder der Kumpel sich auf einem fremden Gerät mit deinem Account eingeloggt hat, Dinge, die man laut Netflix ja nicht tun sollte, sofern der Kumpel nicht zu ihrer Familie gehört, dann kann man da auch auf den Knopf drücken, der sich Ausloggen nennt und das Konto ein bisschen bereinigen. Alles das und Dinge, die vorher schon passiert sind, also in der kürzeren Vergangenheit, zeigen darauf hin, dass Netflix nächstens mit einem grossen Schlag kommen wird und das Ganze noch stärker begrenzen wird. Wir dürfen sehen, wie das weitergeht und ja, geht doch mal rein und schaut, ob ihr das eine drange Gerät ausloggen könnt. Weiter geht es mit Apple und die sollen laut einem internen Mail von Tim Cook oder einem internen Gespräch besagt haben, dass sie neue Chips oder bald neue Chips nicht mehr aus Asien, sondern aus den Staaten und aus Europa beziehen möchten und da ist natürlich die Frage, wo kommen die Chips her? Denn die grossen Chips-Hersteller, die kommen nun mal aus Asien, aber es ist zum einen TCMC, die einen taiwanesischen Hersteller nächstens in den Staaten eine Fabrik eröffnen und da weiss man dann schon länger, dass da Apple daran interessiert ist, respektive, dass die Firma wahrscheinlich wegen dem den Ableger in den Staaten gebaut hat. In Europa ist es so, dass da Bosch und wer war es noch? Global Fundraiser und Infineon, genau, die haben Fabriken hier, die eben solche Chips bauen könnten, wenn sie dann für Apple das Level haben, dass Apple interessiert und wir wissen auch, dass Intel in ein bis zwei Jahren in den Staaten soweit sein wird, um eigene Chips zu fertigen, wieder in den Staaten zu fertigen und dann dürfen wir mal gespannt sein, zum einen, wie viele der Chips Apple wirklich dann aus den USA und aus Europa konsumiert und vor allem, wie sich das preislich auswirken wird, weil wir wissen ja, in China, Asien generell, wenn man da produziert, ist es immer noch deutlich günstiger als bei uns. Wir dürfen also gespannt bleiben. 2024 wird es soweit sein. Ja, der liebe Blogging Tom, Schweizer Bloggende und Twitter Nutzende, kennen ihn sicherlich noch, der bekommt Konkurrenz mit seinem Pullover. Microsoft verkauft nämlich einen ziemlich, zumindest im Artikel, den wir auf daily.geektalk.ch verlinken und oder im Podcast euer Vertrauens zum Anklicken klagt den Pullover an als der hässliche Windows-Pullover mit Karl Klammer, im, wie sagt man, nicht deutschsprachigen Bereich, eher als Clippy bekannt. Ja, der Pullover ist wirklich sehr bunt, sehr stylisch, nicht unbedingt und ist wahrscheinlich eher was für Windows-Fans und Nerds, die denen das zumindest noch ein bisschen was sagt. Ich bin mal gespannt, wer sich denn kauft. Das Schöne daran ist, das Geld, was Microsoft dafür einnimmt, geht nicht in ihre eigenen Kassen. Das wird einer gemeinnützigen Organisation, College Success Foundation, gespendiert, die sich um Schüler und Schülerinnen kümmern, die aus schwacheren Verhältnissen kommen und denen ermöglichen, sich fürs College vorzubereiten. Und nein, nicht mit so einem hässlichen Pullover. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie dafür Hardware bekommen könnten oder vielleicht auch ein bisschen Software, obwohl die bekommen die Schulen ja eh meistens zugeschmissen, teilweise. Dann gibt es Neues von Lego und nämlich etwas, was 10.001 Teile drin hat, der Lego Eiffelturm. Insgesamt ist er knapp 1,50 Meter gross, genau gesagt 1,49 Meter. Er ist 57 Zentimeter breit und 57 Zentimeter tief und besteht aus vier Einheiten. Genauso wie eigentlich der Eiffelturm damals auch gebaut wurde, mit diesen vier Stockwerken, Stock Einzelteilen, wo er dann zusammengesetzt oder geschweißt wurde. Und das Teil ist nicht nur eines der grössten, wenn nicht sogar das grösste Lego-Teil, was in diesem Jahr rauskommt. Es ist sicherlich auch das teuerste, denn es kostet euch in Euronen 629,99. Nicht schlecht. Ich will gar nicht wissen, was der in Schweizer Franken kostet, aber ich würde ihn gerne zusammenbauen. Ich glaube, da hätte meine Tochter die grösste auch ihrer Freude, die vor ein paar Jahren, ja doch schon einigen Jahren, mal da das erste Mal grösser in die Ferien durfte, also sprich auf einen Ausflug durfte und dann eben auf dem Eiffelturm war. Ja, zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zu der Google Wallet und eigentlich so viele Neuigkeiten sind es nicht. Ich hatte sie irgendwann diesen Sommer schon mal angekündigt. Das Google Wallet bekommt mehr Möglichkeiten. Jetzt ist es endlich soweit. Offiziell wurden in zwölf weiteren Ländern, unter anderem in Deutschland, Österreich und eben auch der Schweiz, da die neuen Funktionen ausgerollt. Was ist das? Ja, die Google Wallet wird das, was Apple Wallet schon seit Jahren ist, das virtuelle Portemonnaie. Jetzt bekommt ihr Bahntickets, Flugtickets, Konzertkarten, Geschenkkarten, Kundenkarten und alle möglichen anderen Karten da mit reingepflastert. Wer will, der darf. Wir werden sehen, was da dann schlussendlich alles drin landet. Ich finde es eine gute Geschichte, weil auf der Apple-Seite nutze ich das seit Jahren sehr intensiv, eben für Zug- und Flugtickets, unter anderem aber auch Kinotickets und das kann ich jetzt hoffentlich bald auch im Google-Universum machen. Und wie ihr ja wisst, kommen wir immer näher diesem Black Friday und überall gibt es lustige Angebote und Geschichten. Bei mir geht heute um circa 10 Uhr auf dem balkipsi.ch-Blog ein Testbericht von einem Beamer Online. Den kann man und auch seine Brüder und Schwestern günstiger erwerben. Wer da Lust dazu hat, sollte sich das Ganze mal anschauen. Es gibt auch ein Video dazu, das zeitgleich online geht. Geht mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Gebt nicht zu viel Geld aus, ausser vielleicht für einen Beamer und oder auch nicht. Sind übrigens keine Affiliate-Links drin, sondern rein einfach ein Service-Hinweis. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.